Wir sind aus hier an Bord. Weine immer noch mit und an gesossen. So, ein mit euch. So, ein mit euch. Herzlich willkommen an Bord. Herzlich willkommen mit diesem Monster. Ah, das ist wieder Big Monster on Rite. Rite at Rite 6L. Herzlich willkommen hier Bord. Danke. In Xanten. Wir machen eine kleine Eingewinnungsrunde für die Gumpo. Wir machen eine kleine Eingewinnungsrunde für die Gumpo. Und wir alle noch einsteiger und ansassen. So, und da bringen wir ein bisschen Strom in die Bude. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Mauer. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Und wieder Axel. Hier wieder Axel. Das ist der angenehme Teil, die es am Abend kommt. Das ist der angenehme Teil. Das ist der angenehme Teil, die es am Abend kommt. Das ist der angenehme Teil, die es am Abend kommt. Das ist der angenehme Teil, die es am Abend kommt. Das ist der angenehme Teil, die es am Abend kommt. Das ist der angenehme Teil, die es am Abend kommt. Das ist der angenehme Teil, die es am Abend kommt.